Hallihallo, ich weiß nicht wie es dir geht, aber wenn ich schlafe, ich kann nicht auf den Rücken schlafen, weil auf den Rücken schlafen wäre zum Beispiel genial fürs Gesicht, aber ich kann das nicht, es funktioniert nicht, ich schlafe immer an der Seite und meistens an der rechten Seite und immer wenn ich in der Früh dann aufstehe, habe ich Kissenfalten, kennst du Kissenfalten? Das sieht so aus, so sieht es aus, ziemlich böse finde ich mit der Zeit, weil das Zink, das lässt sich nicht wegbringen, egal Massage oder jetzt Gesichtsgymnastik, also das bleibt ja so ziemlich lange bestehen und besonders wenn du Nacht für Nacht dann wieder schläfst und wieder dieses Gesicht fallen. Das war so lange mein Problem, muss ich sagen, bis ich Kinesiotapes entdeckt für mich habe und jetzt gibt es keine Falten. Ich habe diese eliminiert und es entsteht keine mehr über Nacht, egal wie ich mein Gesicht in mein Kissen reindrücke, es gibt keine. Ich habe lange herumprobiert und gerade an Applikationen herumprobieren, die tatsächlich dieses Problem lösen und ich habe das gefunden. Also das kann ich dir verraten, mein Geheimnis und ich habe noch viele, viele andere Geheimnisse und Entdeckungen, die ich dir gerne verrate, in unserem Online-Kurs für ästhetisches und therapeutisches Kinesiotaping, welche ich zusammen mit meiner Freundin und Kollegen Anna Stadler gemacht habe. Also dieses Kurs ist eine Einleitung für eigene Werkzeuge, also für Werkzeuge der Schönheit. Du kannst mit Hilfe von diesen Applikationen, die du bei uns im Kurs lernst, alle möglichen Probleme verbessern. Ja, es gibt natürlich Falten, die schon seit vielen, vielen Jahren bestehen. Es wird nicht sofort zu einem faltenfreien Ergebnis kommen, weil wir arbeiten hier mit natürlichen Methoden und mit keinen solchen schnellen Methoden, wie zum Beispiel Spritzen ins Gesicht, was auch Nebenwirkungen haben kann. Die Tapes, die haben keine Nebenwirkungen, aber ist ja klar, wir müssen das wiederholen, wiederholen. Aber du siehst schon eigentlich nach einer Anwendung diese geniale Methode, wie das wirkt, ja, und wie die Falten dann immer, wie negativ werden, wie es vorher war. Also, zur Applikation. Ich habe solche zwei Dreiecke geschnitten, die ich so genau jetzt kleben werde. Also, wir nehmen Tape, wir brauchen Tape und das soll aus Baumwolle sein, unbedingt. Und die schneidest du jetzt, schneidest du ein Quadrat, ja. Das wäre bei mir so 5 auf 5 cm. Die sind so hinten, ja, gibt es hier so cm. Man sieht das, 5 auf 5. Und das schneide ich jetzt so durch. Und es entstehen zwei gleiche Dreiecks. Gut, und wie klebe ich sie? Ich klebe ich sie genau dahin. Nicht ganz nah ans Auge, sondern ein bisschen so. Und damit ich hier keine Probleme habe, zum Beispiel, weil das hier so eine sehr empfehlende Stelle ist, das betrufe ich mit meinen Lieblings Aloe Lips. Mit Aloe Lips, also bitte kein Labello, lieber eine sehr, sehr gute Creme, ja, ein bisschen fettige Creme oder Aloe Lips. Und dann mache ich so, ich reiße das Papier so, so durch, so. Und das kann ich so ein bisschen knicken, zur Seite, zur Seite knicken, so. Ja, und jetzt kommt Trick 17. Es ist wichtig. Du klebst es nicht so einfach, sondern du machst O. Und dann zieht sich die Haut hier, also praktisch die schon bestehenden Falten, auseinander und machst die Augen so ein bisschen auf. Dann wird das alles hier glatt. Hier Lippenstift eventuell, also natürlich ohne Farbe, ja, Lippenpflege. So drauf, also nicht ganz nah, weil wenn ganz nah ist, dann, das ist unangenehm. So, und jetzt, wenn ich schlafe, schau, was passiert. Es entsteht hier keine, keine Falte. Also, das hilft mir, dass ich hier keine Kissenfalte habe. Und das Gleiche ich mache auf der zweiten Seite. Also, probiere es aus und komme gerne zu unserem Online-Kurs. Dann lernst du viele, viele andere Techniken kennen. Ja, ich freue mich schon. Ciao, ciao, Lumira.